Herzlich Willkommen zu unserem kleinen aber feinen Raider-Volks-Run in Palästin, Europa. Wir sind bei dem Boss gut verlebt der Ovinaks, der Erfolg heißt Liebe liegt ... in der Erde. Um diesen Erfolg abschließen zu können, braucht ihr ein kleines Ei, was im Anfangsbild zu sehen ist. Wäre zu markieren gewesen, aber sollte sichtbar sein. Dieses Ei muss einen Spieler mitnehmen zum Boss, ohne möglichst zu sterben. Und bevor ihr den Boss startet, erstellt euch bitte ein Makro, was ich gleich noch einlinken werde, um den Wurm, der aus diesem Ei rauskommt, besser fokussieren zu können. Erfolg besteht darin, dass zwei lila Kreise, womit ihr sonst die Eier weg macht, auf diesen Spieler gehen und dieses Ei sozusagen aktivieren, dass ein Wurm daraus spawnt. Wenn dieser Wurm gespawnt ist, benutzt ihr euer Makro und liebt diesen Wurm sozusagen. Und wenn das alle gemacht haben, könnt ihr den Boss töten und der Erfolg ist euch garantiert. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020